Hallo und herzlich willkommen zur 185. Episode des Palio Lounge Podcasts und ich habe es mal wieder geschafft. Denn wir haben schon den 17. April und es ist kurz vor eins, während ich das hier gerade aufnehme. Ich bin also wieder mal auf den allerletzten Drücker. Warum es wieder mal so weit kommen musste, das verrate ich dir am besten gleich nach der Musik. Willkommen in der Palio Lounge, deinem Podcast für Palio Ernährung und einen ganzheitlichen Lebenswandel. Für ein Leben in Harmonie mit deinem Körper und der Natur. Ja, vielleicht kennst du ja meinen neuen Podcast, den Gesunde Häppchen Podcast. Und dem schiebe ich das jetzt mal in die Schuhe, nämlich der ist größtenteils daran schuld, dass es bei mir im Moment drunter und drüber geht. Wenn du diesen Podcast noch nicht kennst, dann hör auf jeden Fall rein, denn das wird in Zukunft das sogenannte Solo-Podcast-Projekt der Palio Lounge werden. Es gibt bereits, ich glaube 80 Episoden sind jetzt online oder 79 mit dem heutigen Tag. Es werden noch weitere 21 Episoden folgen, dann werden die Gesunden Häppchen ihre erste Staffel beenden. So ist das ja heute im Fernsehen auch total beliebt. Und dann werden die Gesunden Häppchen in wahrscheinlich drei Monaten, was weiß ich noch nicht so ganz genau, in die zweite Runde Staffel starten. Dann wird es weitere 100 Folgen geben. Und dieses Format ist ja ein tägliches Format und das kostet natürlich unglaublich viel Arbeit. Schließlich haue ich keine belanglosen Podcast-Folgen raus, das weißt du ja, sondern ich recherchiere immer sehr intensiv und für die ersten 100 Episoden habe ich mir die Nächte um die Ohren geschlagen. Ich habe also sehr, sehr viele YouTube-Videos gesehen, sehr viele Studien gelesen, sehr viele Bücher in die Hand genommen, sehr viel von meinen Unterlagen aus der Ausbildung zum Palio Coach und Ernährungsberater und Fachberater. Ich habe alles gewälzt, um die spannendsten Themen, die jetzt nicht so überall im Mainstream diskutiert werden, für dich rauszufiltern und daraus coole fünf Minuten, manchmal auch sieben oder acht Minuten Episoden zu kreieren. Also, wenn du ihn noch nicht kennst, ist jetzt die Gelegenheit, da mal reinzuhören. Und warum in Zukunft das ja nicht mehr in der Palio Lounge oder in der Palio Lounge vorkommen wird, das hat einfach ein paar praktische Gründe. Und bevor ich jetzt in diese heutige spontane Overnight-Folge einsteige, die ich ja so ein bisschen planlos aufnehme, möchte ich dir gerne was zu der Zukunft der Palio Lounge erzählen. Das Projekt Gesunde Häppchen ist ja aus der Idee heraus entstanden, kurze, schnellverdauliche, einfache Tipps an meine Podcast-Hörer und auch Facebook-Gruppenmitglieder zu liefern und nicht immer so elendlange Themenkomplexe aufzubauen. Weil keiner hat heute Zeit, sich mit dem Thema Gesundheit und Ernährung stundenlang zu beschäftigen. Das Lesen überlässt man lieber den Fachleuten und den Ernährungsberatern, den Spezialisten, den Biohackern, den Gurus, also zum Beispiel mir. Und man bedient sich deren Informationen, die man auch wirklich für sich nutzen kann. Da es so ein Format weder in der Palio noch in der ketogenen Ernährung gab und ich ja mich mittlerweile sehr stark mit beiden Bereichen beschäftige, sowohl mit der ketogenen als auch mit der Palio Ernährung und so ein bisschen das Beste aus allen Welten zusammenfassen wollte, da habe ich gesagt, okay, ich mache mal so einen ganzheitlichen Gesundheitspodcast und was lag dann näher, als der Name gesunde Häppchen, also kleine Fünf-Minuten-Häppchen zu liefern. Soweit die Geschichte, Entstehungsgeschichte genau genommen, der gesunden Häppchen. Und irgendwann habe ich festgestellt, ich nehme so viele Themen in Angriff, die ich auch schon mal in komplexerer und ausführlicher Art und Weise in der Palio-Lounge abgefrühstückt habe, dass dann irgendwann so ein kleiner innerer Konflikt entstand. Ich habe dann immer bei jeder Solo-Folge, die ich für die Palio-Lounge produzieren wollte, überlegt, was mache ich jetzt eigentlich für die Palio-Lounge? Das habe ich ja in den gesunden Häppchen schon gemacht und das habe ich eigentlich auch schon da und das eigentlich auch. Und dann war es immer schwerer für mich, Themen für die Palio-Lounge zu finden, die ich nicht schon mal, vielleicht auch in kürzerer, abgespeckterer Form in dem gesunden Häppchen-Podcast behandelt hatte. Und da ich weiß über iTunes und auch über das Feedback meiner Hörer, dass viele Palio-Lounge-Hörer auch die gesunden Häppchen hören und wie man so schön sagt, vice versa, also umgekehrt, war für mich irgendwann klar, die Doppelbelastung schaffst du nicht mehr, also sowohl theoretische Solo-Folgen und Interviewgäste für beide Seiten zu produzieren, ohne dabei ständig eine gewisse Form von Duplikaten zu produzieren. Habe ich einfach spontan beschlossen, dass die Palio-Lounge in Zukunft wieder mal anders gestaltet werden muss. Du bist das ja von mir schon gewohnt, seit 2017 im März, also mittlerweile schon über zwei Jahre, produziere ich den Podcast. Und wenn eins konsistent oder immer wieder gleich ist oder ich sage mal eine Konstante in dieser Gleichung ist, dann ist es meine Bereitschaft ständig, etwas zu ändern und mich anzupassen. Mal muss ich zurückrudern, weil ich mich getäuscht habe, mal habe ich mich verschwätzt, mal erzähle ich einfach Unsinn. Das ist halt völlig normal und ganz oft ändere ich auch das Format. Dann gibt es mal, hättest du es gewusst, Folgen, dann gibt es mal Interviews, dann will ich mal alle zwei Wochen ein Interview machen, dann will ich mal eine Interviewwoche machen, dann will ich es mal wieder nicht, dann kann ich es mal wieder nicht und naja, eigentlich, wenn es nicht so traurig wäre, dann müsste man eigentlich regelmäßig drüber schmunzeln. Aber das ist das Leben eines Podcasters. Ich arbeite ja nicht beim HA3 oder beim SWR3 und kriege eine Gage für das, was ich tue, sondern ich muss das irgendwie alles unter einen Hut bringen und dann musst du leider mit diesen Wechseleigenschaften meiner Person und dieses Podcast leben. Ich hoffe, das schreckt dich nicht allzu sehr ab und ich hoffe, es werden auch nicht allzu viele Änderungen folgen. Aber was in Zukunft passieren wird mit der Palio Lounge, ich kann dir nur noch nicht versprechen, wann das letztendlich vollzogen sein wird, da ein bisschen Planung dazugehört, ist, es wird eine reine Interviewshow werden. Das heißt, du wirst in Zukunft wöchentlich ein Interview in voller Länge zu hören bekommen. Ich werde nicht anfangen und das wie andere Podcaster in 68 Teile zerschnippeln, sodass ich möglichst jeden Tag einen 5-Minuten-Schnippel veröffentlichen kann, sondern du kriegst von mir jeden Tag ein vollständiges, ach Entschuldigung, was erzähle ich denn da, jede Woche ein vollständiges Interview. Dabei werde ich allerdings in Zukunft weit holistischer rangehen, das heißt, es wird, früher habe ich gesagt, wer hier nicht Palio ist, der darf nicht in meine Show. Ja, so militant war ich mal, ich habe viele Ernährungsberater und Coaches und Fitnesstrainer einfach abgelehnt, weil ich bei ihnen auf der Seite gelesen habe, dass sie sich von Reis ernähren. Wobei das ja jeder für sich selbst entscheiden muss, wenn jemand was zu sagen hat, wenn jemand was beizutragen hat, was für dich als Hörer spannend ist, dann soll er in Zukunft in meine Show kommen dürfen. Außerdem werden wir natürlich auch abseits der puren Ernährung weiterhin Ausschau halten, das bist du ja von mir gewöhnt. Wir werden uns mit Nahrungsergänzungen beschäftigen, mit Biohacking, mit Burnout und Stressbewältigung, mit gutem, gesundem Schlaf, mit Fitness, mit der besten Kniebeuge, mit Lifestyle Changes, mit Medikamenten, mit, ja, ich sage mal auch Themen, die in der Gesellschaft vielleicht ein bisschen polarisieren. Dazu werde ich mir immer wieder spannende Gäste einladen, so wie ich das bisher auch gemacht habe, nur das Spektrum wird breiter. Während es jetzt sehr ernährungslastig war, wenn du mal so reinschaust, wer so alles bei mir in der Show war, bis auf wenige Ausnahmen ging es immer irgendwie ums Essen oder um zumindest Nahrungsergänzung, jetzt wird es in Zukunft deutlich breiter. Es soll einfach das ganze Thema Gesundheit im evolutionären Stil im Mittelpunkt stehen. Ja, das wird so ablaufen, dass es erstmal vorzeitig auf einer Woche bleibt und ich denke, da wird auch sich erstmal nichts ändern und die Shows, die werden dann je nach Gast zwischen einer und anderthalb Stunden lang werden. Einmal pro Woche, nach wie vor mittwochs um 5 Uhr morgens, daran ändert sich nichts. Was sich allerdings ändern wird, ist, dass es keine theoretischen Folgen mehr gibt. Also diese klassischen Sascha-Rühler-Solo-Episoden, 5 Mythen über Kalorien oder 5 Mythen über Entzündungen oder wie wir die Welt zerstören und was du dagegen tun kannst. Und du kennst ja die ganzen Solo-Folgen, die wird es in Zukunft nicht mehr geben. Oder, ich formuliere es mal um, die wird es in der Palio-Lounge nicht mehr geben. Es wird dafür kleinere, kompaktere Solo-Folgen geben, die das gesamte Palio-Lounge-Spektrum abdecken und vielleicht noch viel mehr in dem Gesunde Häppchen-Podcast geben. Und habe ich jetzt Podcasts geben, also in der Show Gesunde Häppchen, da wird es diese Solo-Folgen geben. Damit trenne ich das ein bisschen thematisch, die Lounge, das wird mehr so eine Talkshow, da sitze ich dann einmal pro Woche mit jemand zusammen und präsentiere ein Thema. Wir werden gemeinsam darüber diskutieren. Und auf der anderen Seite wird es die gesunden Häppchen geben, das wird ein täglicher Podcast bleiben, allerdings immer staffelweise, weil keiner kann das 365 Tage im Jahr durchziehen. Dann müsste ich schon Millionär sein, um das finanzieren zu können und vor allem wird es auch irgendwann langweilig. Und ich habe gelernt, man muss alles immer in Schüben machen, so machen es die im Fernsehen auch und an denen orientiere ich mich mal. Es gibt ja auch nicht Game of Thrones jeden Tag, sondern es gibt immer eine Staffel und dann musst du dich gedulden, bis die nächste Staffel ankommt. Das gibt mir A, die Möglichkeit, mir neue Themen auszusuchen, diese auch vorzubereiten und vorzuproduzieren. B, auf deine Wünsche einzugehen, auf deine Fragen einzugehen und auf deine Themenvorschläge einzugehen. Und C, bleibt auch Luft für neue Projekte. Ja, und das bringt mich gleich zu dem Grund, warum die Palio Lounge auf der einen Seite umstrukturiert werden muss und die gesunden Häppchen ab Episode 100 eine Pause einlegen müssen. Denn ich habe dir ja schon lange, lange, lange einen Mitgliederbereich versprochen. Und diesen Mitgliederbereich, den wird es geben. Ich kann dir auch hier noch leider nicht sagen, wann. Er ist theoretisch schon aufgebaut, also es gibt schon die Technik dafür. Ich habe schon eine Idee, ich habe schon einige Strukturen, aber das, was ich auf meiner Seite so alles verspreche, auch das ist leider schon wieder ein alter Hut. Denn seitdem habe ich mich schon wieder ein bisschen umorientiert. Aber du darfst gespannt sein, es werden auf jeden Fall sogenannte Mini-Kurse an den Start geben. Dafür fällt das Hörbuch und auch das E-Book weg. Denn ich glaube, zu hören hast du von mir ja genug schon bekommen. Oh mein Gott. Man merkt, das ist schon nach 1 Uhr. Also auf die Ohren gab es von mir schon genug. Das weißt du, da hast du keinen Bedarf zu lesen. Gibt es bei anderen Bloggern und Podcastern oder Produzenten da draußen auch genug. Was es aber noch nicht bisher von mir gab, das war irgendwelche Videos. Deswegen werde ich kleine sogenannte Mini-Kurse anbieten. Die werden dann Kickstarts heißen. Einer wird ein Palio-Kickstart sein. Sehr wahrscheinlich wird es ein Keto-Kickstart geben und noch einen dritten. Ich weiß es noch nicht so recht. Und diese Mini-Kurse, die werden der Start meines Mitgliederbereichs in der Palio-Lounge sein. Und dafür brauche ich natürlich gut ein, zwei, drei Monate Zeit, um das Ganze auf die Gleise zu bringen und die überhaupt erst präsentieren zu können. Und um mir diese Zeit freizuschaufeln, muss ich halt beim Podcast ein bisschen zurücktreten. Das heißt nicht, dass die Palio-Lounge eine Pause macht. Die wird nach wie vor eine Woche kommen. Also jede Woche. Aber eben die gesunden Häppchen, die werden nach den 100 Episoden erstmal einen Break bekommen. So, zwölf Minuten habe ich jetzt gequatscht. Ich hoffe, es war nicht zu lang. Zum Thema, was wird es in Zukunft alles bei der Palio-Lounge geben? Und warum bin ich mal wieder so extrem spät dran? Nächste Woche habe ich meinen Kollegen, den Jens Frese, im Interview. Wir sprechen über Diabetes. Und das ist auch der Aufhänger für die heutige Show. Ich habe nämlich noch so einen kleinen theoretischen Teil zum Abschluss. Es geht ein bisschen um Buchtipps, die ich dir noch mitgeben möchte zum Abschluss, damit es nicht nur Selbstbeweihräucherung und News war, sondern auch ein bisschen was zum Mitnehmen dabei ist. Aber eines habe ich noch vergessen, die ist auch noch bestimmt ganz spannend für dich. In Zukunft wird es auch vermehrt Videopodcasts geben, denn es sei denn, die Interviewpartner haben da konkret was dagegen, wird es alle Podcasts in Zukunft, so hoffe ich, Klopf auf Holz, auch als YouTube-Video geben. Das heißt, ich habe mich entschlossen, diese sogenannten Interviews als Zoom-Video aufzuzeichnen. Das habe ich jetzt schon ein paar Mal gemacht. Ich habe es einmal mit meinem Freund, dem lieben Florian Sauer, gemacht über das Thema, wie du Giftstoffe, was die im Körper anrichten etc. Dann habe ich jetzt das zweite Video aufgenommen mit dem Jens Frese. Das wirst du dann nächste Woche, also am 24. April, zu sehen bekommen. Und so folgen dann weitere Interviews. Und die werde ich hoffentlich alle auch als Zoom-Video anbieten können. Dann kannst du mich sehen, dann kannst du meine Interviewpartner sehen und auch die YouTube-Leser, hätte ich beinahe gesagt, die YouTube-Zuschauer, die schicken mir nicht andauernd irgendwelche Hassbotschaften, das sei ja kein Audiokanal, sondern ein Videokanal. Dann gibt es da auch von der Seite nichts mehr zu meckern. Also es wird dann die Palio Lounge quasi als Videopodcast und Audiopodcast geben. Gut, jetzt aber zum eigentlichen Thema. Also Jens und ich, mein Ausbilder von der Deutschen Trainerakademie und vom Dr. Frese-Institut der Gründer, wir haben uns über Diabetes unterhalten. Und das hat mich dazu gebracht, vielleicht heute, wenn ich schon wieder so spät dran und eigentlich gar keine Zeit zur Verfügung habe, ein bisschen was über Diabetes zu sagen. Und zwar gibt es in meinen Augen ja kaum eine Erkrankung, die derzeit weltweit so massiv um sich greift, aber auch keine Krankheit, die so unglaublich missverstanden wird und in meinen Augen nicht nur falsch behandelt wird, sondern im Grunde genommen eine Lappalie sein könnte, wenn wir uns damit ordentlich auseinandersetzen würden. Denn der Auslöser für Diabetes, und das habe ich auch in dem Podcast, warum nicht die Kalorien, sondern das Insulin das Problem ist, schon denke ich ausführlich beschrieben, der Auslöser, das ist ja eigentlich die Kohlenhydratmast. Das heißt, der Zucker, die Stärke, all die Nahrungsmittel da draußen, die hochverarbeitet sind, einen hohen glykämischen Index, aber vielmehr eine glykämische Last haben und damit den Insulinspiegel auf einem Dauerallzeit hochhalten und unserem Körper überhaupt gar nicht die Möglichkeit gibt, dass Insulin abbauen kann, runtergehen kann und dass wir auch wieder zur Ruhe kommen können, dass der Körper sich vom Zucker erholen kann. Und viele Menschen haben eben das Weltbild und haben etwas in ihrem Kopf, dass es sich bei Diabetes Typ 2 um eine progressiv verlaufende und unheilbare Krankheit handelt und das Ganze wird auch gestützt durch die Schulmedizin, allen voran durch die Deutsche Diabetes Gesellschaft, die auf ihren Seiten ernsthaft behauptet, dass es im Prinzip eine genetische Disposition ist, dass es familiär bedingt ist, dass es erblich bedingt ist und dass es nichts anderes, keinen anderen Grund gibt, warum Leute Diabetes bekommen. Das wird einfach so auf diese Seite geschrieben. Es wird nicht mit einem Wort erwähnt, dass es auch was mit der Ernährung beziehungsweise auch schließlich was mit der Ernährung zu tun hat. Und im Weiteren wird dann auch ganz klar gesagt, dass es wissenschaftlich nicht bewiesen sei, was schlicht und einfach eine Lüge ist, dass es mit der Ernährung zusammenhängt und dementsprechend sei eine kohlenhydratreduzierte Ernährung auch überhaupt gar nicht notwendig. Mit anderen Worten, Diabetiker, die sollen quasi auf Zucker verzichten, können sich aber weiter von Brot und Brötchen ernähren. Das steht da zwar nicht so wortwörtlich drinne, es steht aber auch nicht drinne, dass sie es lieber nicht tun sollten. Und wenn ich Diabetiker wäre, dann würde ich schlicht und einfach die Finger von allen Kohlenhydraten lassen. Zumindest von denen, die wir verdauen können. Nicht vom Gemüse und nicht vom Salat und nicht von Kräutern, also nicht von den sogenannten Ballaststoffen, die darfst du in rohen Mengen essen. Aber ich, wenn ich Diabetiker wäre, ich würde weder Zucker essen, noch würde ich stärkerhaltige Nahrungsmittel zu mir nehmen. Ich würde all diese Sachen strikt und einfach meiden. Und das ist eigentlich das ganze Knopfhoff, sagt man, hatte man früher mal gesagt, das war so eine schöne Sendung bei ARD, glaube ich, was man dazu braucht. Und Menschen, die das Weltbild im Kopf haben, es handelt sich dabei um eine unheilbare, tödliche Krankheit, die wollen das ungern hören und auch nicht akzeptieren. Und leider werden sie durch die Schulmedizin auch noch bekräftigt und bestärkt in ihrer Einstellung. Das hat mich dazu motiviert, wie schon gesagt, mit Jens dieses Interview zu führen. Du kannst dir das gerne anhören. Jens ist ein Doktor und 15, 20 Jahre lang in dem Bereich tätig, der weiß, wovon er redet. Und ich bin froh, dass er mir in allen Punkten zustimmt. Aber um jetzt hier nicht das Thema Diabetes allzu weit auseinander zu friemeln und zu extrem auszudehnen, du kennst ja viele Fakten, wenn du meine Show schon lange verfolgst, möchte ich dir aber dennoch drei Bücher ans Herz legen. Und diese drei Bücher kommen alle vom gleichen Autor. Weil das ist mein absoluter Lieblingsautor. Es gibt zwei Menschen, die ich unglaublich bewundere und deren Wissen ich, ja, ich würde schon sagen, göttlich finde. Und obwohl es simpel und einfach ist und wenn man sich lange damit beschäftigt, ist es auch nicht irgendwie Raketenwissenschaft. Aber eine Person heißt Dr. Eric Berg und ist einer der führenden Keto-Spezialisten aus den USA, wohnt in Wisconsin, hat einen super YouTube-Kanal und kann alles auf den Punkt bringen in vier Minuten. Also wenn du Englisch kannst, gut Englisch kannst, schau dir seinen YouTube-Kanal an. Ich verlinke ihn dir unten. Und der haut jeden Tag drei Videos raus und immer zu spannenden Themen, immer zu sehr spitzen, spezifischen Themen. Ganz oft geht es um die ketogene Ernährung, um Insulinresistenz, um die Folgen einer kohlenhydratreichen Ernährung und er liefert unglaublich viele wertvolle Tipps. Er ist auf jeden Fall einer meiner Idole und meiner Vorbilder und ich wünschte mir, ich hätte die Zeit, die er hat, mich täglich nur mit dem einen Thema zu beschäftigen. Also guter Mann, schau dir seine Videos an. Und die andere Person, die kenne ich schon etwas länger, das ist der Kanadier Dr. Jason Fung. Und Dr. Jason Fung ist Nephrologe und hat sich jahrelang eigentlich nur mit Nierenerkrankungen beschäftigt und irgendwann festgestellt, dass viele dieser sogenannten Nephrologie-Patienten, die in seine Praxis kamen, Diabetiker waren. Und er hat sich dann mit, ja, lange Zeit mit diesen Menschen beschäftigt und hat sie nach dem Kassenprinzip abgefertigt und ihm fiel dann auf, dass Patienten, die er länger betreut hat, immer dicker wurden, vor allen Dingen auch solche, die er auch als Diabetik, also mit Antidiabetiker behandelt hat. Und immer, wenn er mehr Kontakt zu den Menschen hatte, haben die ihm auch gesagt, Mensch, und was soll das? Ich schaue wieder Insulin. Ich kann doch nie mal mehr Insulin nehmen. Davon werde ich doch immer fetter. Und er fing dann an, das ganze Thema Diabetesbehandlung in Frage zu stellen und hat angefangen, sich privat weiterzubilden. Das Ganze, um das abzukürzen, endete in dem sogenannten Intensive Dietary Management Programm, IDM. Er hat also quasi, wie man so auf Neudeutsch sagt, umgeschult und ist von der Nephrologie weg. Ich weiß nicht, ob er noch die klassische Nephrologie-Praxis betreibt in Toronto oder ob er nur noch das IDM macht und hat sich begonnen, damit zu beschäftigen und zu spezialisieren, Menschen zu behandeln, die an Diabetes Typ 2 leiden, fettleibig sind oder die klassischen metabolischen Syndromerscheinungen haben wie Hypertonie, Arterioschlerose, also Obesity hätte ich beinahe gesagt. Ich bin da schon total im Englischen. Also Adipositas etc. pp. Und ja, aus dieser langjährigen Erfahrung sind drei Bücher entstanden. Und wenn ich dir drei Bücher empfehlen dürfte und du hättest nur die Wahl, drei Bücher zu lesen oder ich formuliere es mal anders, dass wenn man mir erlauben würde, drei Bücher, die das Leben wirklich radikal ändern können oder die Einstellung zur gesunden Ernährung massiv beeinflussen können, wenn ich dann nur drei Bücher auswählen dürfte, dann wären es wirklich diese drei Bücher. Weil ich bin der Meinung, dass heute ein Ernährungsberater, ein Coach, ein Fitnesscoach oder was auch immer oder jemand, der sich einfach nur für gesunde Ernährung interessiert, nur diese drei Bücher lesen müsste, wenn er nicht extrem tief und vielseitig einsteigen will, sondern nur sagen will, ich will die Quintessenz wissen, so das Alpha und Omega des Universums für Ernährung, das möchte ich gerne kennen, dann wären es für mich die drei Bücher. Vielleicht lobe ich da den Jason Fung ein bisschen zu sehr über den grünen Klee. Aber anschließend, als ich die ersten beiden Bücher gelesen hatte, war klar, jedes Buch, was dieser Mann rausbringt, das werde ich auf jeden Fall lesen, weil der hat einfach im Prinzip die Grundlagen der gesunden Ernährung und vor allen Dingen auch der Biochemik, oder Biochemie, wie sie im Körper herrscht, verstanden. Und wenn wir das alle so verstehen würden oder verstanden hätten wie er, dann kämen wir nie auf die Idee, all die Fehler zu machen, die wir so tagtäglich machen, mich inklusive. Und diese drei Bücher, die kannst du alle bei Amazon finden oder im öffentlichen Buchhandel. Die heißen auf Deutsch einmal die Schlankformel, das ist das erste Buch. Da geht es im Prinzip um die Hintergründe der Fettleibigkeit in der Gesellschaft. Das ist natürlich ein bisschen amerikanisiert, das Buch. Aber was in den Staaten und in Kanada heute passiert, das passiert in Europa und speziell in Deutschland in den nächsten fünf bis zehn Jahren. Da geht es um die Punkte, warum Insulin und eben nicht die Kalorien der entscheidende Faktor beim Abnehmen ist. Dann wie sie, also in dem Fall du, deinen Insulinspiegel und damit dein Gewicht verringern kannst und warum regelmäßiges Fasten der Schlüssel zum Schlankbleiben ist. Es gibt ja unglaublich viele Bücher über das intermittierende Fasten. Die meisten sind nicht das Papierwert, auf dem sie gedruckt wurden oder die Kilobyte, auf den sie gespeichert wurden, wenn es ein E-Book ist. Ich habe einige dazu gelesen, die waren alle mittelmäßig, keins war wirklich gut. Und hier in diesem Buch ist unglaublich viel Wissen über Diabetes, beziehungsweise über Fettleibigkeit drin. Die Schlankformel. Das Buch, das mir erklärt hat, wie das Setpoint funktioniert und dass es den wirklich gibt. Spannendes Thema, kann ich nur empfehlen. Im Riva Verlag, sehr guter Gesundheitsverlag erschienen. Ich weiß es nicht genau. 24 Euro, 19 Euro kann ich dir nicht sagen. Ich packe es dir gerne. Die Show Notes, wenn du magst, hol es dir. Ist auf jeden Fall eins der wichtigsten Grundlagenwerke, wenn es um gesunde Ernährung und um das Verständnis, wie das funktioniert, geht. Wenn du dann tiefer einsteigen willst, dann, so habe ich das zumindest gemacht, dann geht kein Weg dran vorbei an dem Buch Fasten. Das große Handbuch. Heilen Sie Ihren Körper mit kurzem, langen oder intermittierendem Fasten. In diesem Buch geht es dann nochmal so richtig ans Eingemachte. Hier erklärt Jason Fung die Funktionalität des Fastens, was Fasten bewirkt, welche Vorteile es hat, welche Nachteile es haben kann. Die Mythen, die übers Fasten so grassieren, die ich ja schon ganz oft auch in meinem Podcast thematisiert habe, all die werden hier Stück für Stück abgearbeitet und natürlich demontiert. Weil all das, was so da draußen existiert, das sind Individualmeinungen, Weltbilder und ganz oft auch irgendwelche von der Schulmedizin geprägte Mythen und Irrtümer, die sich leider hartnäckig halten. Also kann ich nur empfehlen, das Buch zu kaufen, zu lesen, zu verinnerlichen, wenn du dich für das Fasten interessierst. Also danach gibt es zum Thema Fasten keine offenen Fragen mehr. Ja und zu guter Letzt bleibt noch das Buch Diabetes rückgängig machen. Das letzte und derzeit aktuellste Buch von Dr. Jason Fung, in dem er das Ernährungsprogramm um Diabetes Typ 2 natürlich zu heilen vorstellt und in dem er auch ganz detailliert auf den ganzen Themenkomplex eingeht, wie du den Blutzuckerspiegel wieder ins Gleichgewicht bringen kannst und warum eine kohlenhydratarme Ernährung, er geht da jetzt nicht so wirklich auf das ganze Thema ketogene Ernährung ein, sondern er sagt einfach, warum eine Low Carb Ernährung und Intervallfasten in Kombination tausendmal besser ist als alle sogenannte Antidiabetiker. Er geht sogar in dem Buch auf die ganzen verschiedenen Antidiabetiker ein, wie sie wirken, wie sie die Menschen kranker machen und letztendlich umbringen, die Organe ausquetschen, die Insulin produzieren oder den ganzen Körper einfach dem Raubbau preisgeben. Also in jedem Fall ist dieses Buch ja jede Seite wert, ähnlich wie die anderen Bücher, irgendwas im Bereich 19 bis 25 Euro. Also als Ernährungsberater, Fitnesscoach oder Ernährungsbegeisterter, sind diese drei Bücher, ja die gehören eigentlich auf jeden Schreibtisch oder Nachttisch, weil sie sind super Nachschlagewerke und bei jeder Diskussion um Diabetes und gesunde Ernährung hat man quasi alle Asse auf der Hand, weil hier dieses Buch ist kein polemisches Werk, das mit irgendwelchem Unsinn um sich wirft, sondern bietet x Dutzende Seiten mit Studien, die das alles fundamental beweisen. Und wie ich in meinem Podcast Was hast du zu verlieren? ja auch schon so trefflich gesagt habe, wenn all diese Argumente nicht mehr helfen, was hast du zu verlieren? Dann probiere einfach aus, wie es wirkt, wenn du es mal anders machst als bisher und dann stellen spätestens auch die letzten Zweifler fest, Mensch, vielleicht hat das Sascha ja doch recht gehabt oder in dem Fall der Jason Fung. In diesem Sinne, ich hoffe, ich habe dich nicht gelangweilt und es hat dir gefallen, diese spontane Overnight-Series, mittlerweile ist es 20 nach 1, mit mir gemeinsam zu hören, ich höre mich ja selbst, beziehungsweise sie zu, anzuhören und ich wünsche dir auf jeden Fall einen schönen Tag und nächste Woche hörst du diesen Podcast natürlich wieder in einem Interview mit Dr. Jens Frese zum Thema Diabetes kann man auch vermeiden. Das war es für heute, mach's gut, bleib gesund, dein Sascha Röhler. Schön, dass du dran geblieben bist. Die wichtigsten Informationen zu dieser Folge findest du in den Shownotes unter paleo-lounge.de slash pl Dort findest du alle Podcast-Episoden auf einen Blick. Oder gehe auf paleo-lounge.de slash Folge und ergänze die entsprechende Nummer. So findest du zum Beispiel unter paleo-lounge.de slash Folge 76 die Shownotes der Episode 76 Wenn dir diese Folge gefallen hat und du etwas für dich mitnehmen konntest, dann würde ich mich über deine ehrliche Bewertung freuen. Eine Anleitung, wie du diesen Podcast bewerten kannst, findest du unter paleo-lounge.de slash Podcast bewerten Deine Bewertung hilft mir sehr, diesen Podcast bekannter und vor allem sichtbarer zu machen, damit auch andere Menschen davon profitieren können. Ich freue mich schon jetzt, dich bei einer der nächsten Folgen wieder begrüßen zu dürfen und wünsche dir viel Erfolg bei der Umsetzung deiner persönlichen Ziele. Bleib gesund, dein Sascha Röhler. Deine Bewertung Deine Bewertung Deine Bewertung Deine Bewertung